Yeah, yeah, Freunde, was geht ab? Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Freunde, wir spielen heute wahrscheinlich den beschissensten Deathrun, aber man kann in dem einfach nicht down gehen, Digga. Freunde, ich bin hier wohl zocken. Oh, mit der Bisse, lieber André! Digga, ich hab grad voll vergessen, das wär auch nicht. Denkst du, warum tust du auf einmal so, als wärst du cool? Ja, ich bin immer cool, Bro. Okay, welcome to the easiest no-death run. Also, wir können hier nicht down gehen. Echt? Ich glaub, ich hol mir auch gleich einen... Ah, 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 guck mal, ich geh schon ohne Kaffee. Zack, Junge, zack. Ich glaub, man kann hier einfach nicht down gehen, aber ich glaub, oh mein Gott, das ist ein Jumper-Tick an, Bro, da. Der ist ja wunderschön, der Deathrun. Ja, ne? Und es ist wirklich, glaub ich, der schlechteste Deathrun. Wenn ihr es auch so findet, lasst ein Like da. Ich weiß nicht mal, ob ich den schon mal gemacht hab, Digga. Ich kann sein, dass ich den auch schon mal gemacht hab. Egal. Aber als ob ich nicht down gehen kann, ich geh jetzt down hier unten, Deathrun. Sag mal die Commentaries. Geht nicht. Ich glaub, wir haben den noch nicht gezackt. Oh mein Gott. Der ist ja voll weg. Bro, man kann halt einfach realtag einfach nur nicht down gehen, oder? Komm rein. Kann man sich hauen? Komm mal hin. Oh, 31. Oh. Digga, ich hab meine Maus nach links gezogen und da war mein Handy und ich hab da voll gegen... Oh mein Gott, kann man sich hauen? Ich glaub, mein Finger ist jetzt geb... Oh, das hat man gecheatet, Digga. Oh, ho, ho, ho. Ich hab das geschafft. No, Deathrun, Deathrun, du weh. Glück ist, oh, du war nicht da, Digga. Wieso? Er hat die ganze Zeit weitergemacht, ne? Ja. Bis du keinen Bock mehr hast. Ich schwör das ja. Oh, oh, wir können ja Damage bekommen, Leute. Man kann kein Damage bekommen, Leute. Wir schaffen jetzt einen... Wir schaffen jetzt... Okay, André, komm, wir müssen laufen, weil er wird mich hinten. André, komm. Why you are like this? Du, was würd ich niemals tun, Mann. Why you like this? Ja. Roman kann echt... Was hast du als Frage gestellt? Ich war verwirrt. Why you like this? Ist aber richtig. Dann was soll ich denn antworten? Ja, warum du like this bist? Why you like this? Dann würd ich nicht antworten, aber why you like this? Ey! You're safe! Nein! Ja, was ist denn doof? Warum bist du like diese? Mann, warum machst du das? Mann, warum machst du das? Freunde, schreibt mal in die Kommentare. Freunde, schreibt mal... Lol. Hey, das geht auch nicht. Das ist... Weil du... No Death Run run. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das neue MMORPG New World kennt. Eben gerade. Wir haben das eben gerade gespielt. André ist komplett süchtig drin, hat seine Schnauze. Ich hab einfach mein Video zwei Stunden zu spät hochgeladen und hab die ganze Zeit gezockt. Und ich nehm gerade auf und mach es jetzt gleich fertig und dann... Ja. Und dann spielen wir weiter. Lass da einen Like da und dann spielen wir wirklich ganz einfach. Warte, 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 nicht weitergehen. Ich weiß nicht genau, wo es richtig ist und wo nicht. Was glaubst du, Digga? Sonst gibt es sogar keine Connection hier. Tori! Guck! Du, 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 du. Komm, man kann hier Damage bekommen. Kann man nicht. Hä? Einfach, einfach... Ey, warte. Blackfish. Höh! Wer bist du? Ich mag dein Gesicht. Oh. Ich deins auch. Danke. Du bist der... Allmann. Du bist der Allmann. Aber sag mal ehrlich, Mirka, du hast mich jetzt mit Haare und ohne Haare gesehen. Mit Haaren tausendmal besser. Ja, ne? Ja, ich denke ja normal. Sieh zu, gestern sah ich wild aus. Ich schwöre, ja. Sag ich auch, ne? Ja. Mein Bruder sagt auch zu mir, ich sehe das halt aus wie ein Rockstar. Ja, du siehst echt gut aus momentan. Kruss. Kruss. Ich hab hier gesagt, so Chris Brown, so... Das steht dir vor, so mit Cappy, Tattoos, Tattoos. Kruss. 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 Hallo? 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 Junge, was ist das für ein Level? Heute bin wieder da. Es ist schon so weit zu sein. Höre, GG. Drei Minuten. Er ladet einfach hoch. Es ist drei Minuten. Äh... GG, ich hab geschafft. Ich bin kurz zurück zum Zentrum, damit die Leute nicht bemerken, dass... Oh. Oh mein Gott. Wir sind rausgekommen. Wow. Wir müssen jetzt leider einen anderen davon spielen. Wow. Haha. Cringe. Das muss dann doch rausgekötet werden. Schade. Hast du einen Flash-Death-Song von früher? Einen Thumbnail? Oder ist das ein No-Death-Flash-Death-Song? Wird geklaut. Wo bist du? Gespawnt. Hallo? Hä? Wo bist du? Jetzt. Wo bist du like das? Warum bist du du like das? Wo bist du? Lässt du das jetzt cringe mit Kreativ-Zeiten drin? Nein. Oder ich weiß nicht. Wo soll ich drin lassen mit Cringe? Sag ich mal... Das ist ja zu doll behind the scenes, bro. Man kann hier anscheinend nicht down gehen. Eis. Ja, super, Digga. Ich bin der Einzige, der down geht, weil ich kein Eis habe. Eis. Hä? Oh mein Gott. Diese Pastellfarben und so meine Augen. Also, es tut ein bisschen weh. Ha. What a breath. Hallo? Und jump. Nein. Hä? Oh mein Gott. Ich bin bekannt in so ein, zwei, drei Jahren. Ja? Dann nehme ich mir so Gesangsstunden. Ich will einfach mal rausfinden, ob ich singen kann. Kennst du? Ja, aber wieso kann ich nicht down gehen, André? Hä? Was mache ich jetzt? Hä? Lol. Nein, du hast keine Checkpoint. Ich glaube, wir dürfen einfach noch nicht down gehen. Bro, ich glaube, wir haben wirklich keinen Checkpoint, oder? Oh, doch, haben wir. Haben wir? Ja. Digga, hör zu Brian auf, Kato zu spielen. Spielst du in New World nebenbei, oder was? André, sei ehrlich, spielst du in New World nebenbei? Nein. Mann! Sei ehrlich? Ich bin seit 8 Uhr morgens, 9, 7, 8, 6, 5 Uhr morgens wach. Sag, wann bist du wach geworden? Ich bin immer los, du weißt momentan. Wann bist du aufgestanden, sag? 6. Ich schwöre, beste Uhrzeit. Junge! Sag, du fühlst dich so, als wenn es 18 Uhr wäre, ne? Ja, ich fühl mich so, als wäre es echt so 16, 18 Uhr. Und das Gute ist, du hast einfach noch den ganzen Tag vor dir. Ja, Mann. Junge, das ist kaputt. Es geht. Digga, warum hast du gerade Kaffee trinken und wiegt das? Hab ich nicht. Doch. Das ist der einzige TikToker, den ich mache. GG, sorry for the short map. Ich glaube, es wollen uns heute alle verarschen, Digga. Digga, Weltrekord einfach. Bro. Und nächste Map. Das ist ein Short Map, ich bin noch am spielen. Ja, ich bin, Digga, ich glaube, ich warte auf dich. Ich glaube, ich warte auf dich. Wir machen jetzt einfach noch einen normalen Deathhorn hinten ran. Digga, Bro, was ist das? Okay, komm. Komm. Komm, wir lassen einfach die ganze Cringe einfach drinnen, komm. Okay, komm. Ich mache das in der Zeit noch fertig. Das ist so ähnlich. Sorry for the short map. Digga, warum baut man eine Map? Entschuldigt man sich dann für, dass es die kurz ist? Was ist das? Wer soll die spielen, wenn die jemand aufnimmt? Das ist doch ich mit dem Kaffee trinken, ich habe gar nichts gemacht. Komm rein. Komm rein. Ich komm rein. Titz. Neotix. Ist das dieses Neotix oder ist das der alte? Das ist das Neotitz. Boah, stell dir vorher Titz, die so leuchten. Boah. Würde er eine Frau geben, die Neon-Titz hat? Anderes Thema. Das ist alles drin? Ja. Weil. Weil. Trink jetzt einen Schluck Kaffee? Digga, du bist der Meister ein Scheiß. André. Heftig, oder? Sag mal, du bist wieder kack, oder? Weißt du, wie die Null einfach so in der Wand rumfällt? Digga. Ach, hast du jetzt so einen Troll davon reingebaut, oder was? Bitte. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bro. Nein. Ich hab mir da gedacht. Oh, wei. Boah, ich hab's. Ich bin auch gestimmt. This is a way from my swans is here. From my swans is here. Ich hab's geschafft und bin da. Bitte nicht in meine Kaffee. Nein, nein. Komm, ich hab dich gekillt. Was musst du da machen? Hä? Bro. Digga, was ist das mit deinem Aim, dann? Jetzt war Realtek, warum, warum? Zieh, zieh, zieh. Ähm. 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 Oh mein Gott, du hast mir den Ass so hart gewöhnt. Ja, dafür, dass du mich gekillt hast. Rein, 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 rein! Äh? Äh? Doch, doch. Digga, warum such ich so eine Scheiß-Müßt aus? Oh, der ist ja auch nochmal kacke. Ohne Checkpoint. Ohne Checkpoint, jetzt mich verarschen. Warte, wir machen das anders. Oh, shit. Das hat sogar funktioniert. Der spawnt immer. Wir müssen in uns rechte rein. Digga, er spawnt die ganze Zeit. Guck jetzt. In uns rechte rein, in uns rechte rein. Schnell, schnell, schnell. Warte, links da die Wand. Oh, was für ein Drecks-Map, Digga. Oh, Gott. Das ist ja das Schlimmste, die ich je gespielt habe. Bro, real talk. Noch nie haben wir solche schlechten Maps gespielt. Also wirklich, sogar die Map von Abdu-Sach-Map war besser. Äh. Oh. Digga, nimm mich einfach Lifesaver. Bro, André, ich rette dich. Und du läufst und lässt mich in den Stich? Sag, wenn du da bist. Komm direkt rein, ich schieße in seinen Ass. Digga, warum baut man keinen Skip ein? Warum ist man so? Warum ist man so? Warum ist man like das? Komm jetzt rein. Mir kann ich schießen ab. Dann schießen ich ihn ab. Ich schieße einfach wieder, Digga. Hier. Nice. Komm da hin. Okay. Hier ist ein Volle. Siehst du direkt wieder auf ihn? Er ist tot. Nice. Du hast mich gekillt. Hä, was laberst du? Du hast mich gekillt. Ah, mein Auge. Digga. Ach, man. Freunde, wir waren gestern in Hamburg essen. Ich habe den größten Korb von Kassiererin bekommen überhaupt. Was heißt Korb, Digga? Ich habe einfach nur gefragt. Ich habe Kuchen bestellt. Oh mein Gott, ich bin geschworen. Und ich habe einfach nur gefragt, entschuldigen Sie, ist der Kuchen heiß? Wer antwortet nicht und geht aber weg? Bro, ich mache da eine Hilfe. Hä, was für Hilfe? Ich bin hinter dir. Oh. Und, ey? Hä, er kann auf einmal laufen. Hast du gesehen? Bro, ich dreh durch. Jetzt mal real talk. Ich dreh durch. Was ist das? Das ist sogar falsch. Das ist ein Troll-Run. Nein. Kann sein. Nein, das ist... Das ist kein Troll-Saison-Run. Doch, da hinten ist falsch. Ich bin gegen eine Wand gelaufen und man ist gestört. Ich weiß, was man machen muss. Oh mein Gott. Ja, man muss da links rein. In das Fenster. Alter. Ich geh Kaffee trinken mit meiner Schwester. Was? Fenster. Fenster. I wanna sing. From the Shanty. Oh mein Gott. Lass... Mirkam, wenn wir nicht aus dieser Map rausgehen. NIGA! Reiß mir meine Nabe ab. Schau auf alles. Leute, wenn dir das gefallen hat, es war einfach das randomste Video überhaupt mit dem beschissensten Map. Uncut. Wenn ihr das mögt, lasst ein Like da. Wenn ihr Bock auf mehr habt, das und warum nicht, dann leist ein Like da und abonniert Andres Kanal und wenn ihr Creator Code nicht drin habt, dann benutzt auch MBK. Ah, Digga, piss dich, Digga.